Gut moin, jetzt bin ich hier in Bella Italia und fahre mit euch eine Runde Brot holen. Das ist nämlich ganz geil. Könnte man euch eine Runde mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob der Akku reicht. Ich bin so schlecht mit dem ganzen Quatsch, aber... Guten Moin, jetzt bin ich hier in Italien, direkt an der Grenze zu France. Jetzt sind wir hier schnell am hungrig sein, aber ich gehe noch kurz ein Croissant holen, weil das so geil ist. Nehme ich euch einfach gerade mal mit, denn hier oben ist gar nicht so hoch, aber schön ist das schon auch da. Kann ich jetzt eine Runde Fahrrad fahren mit euch zusammen und da unten, da muss ich hin zum Croissant holen. Durch dieses Städtchen packe ich mal die Kamera jetzt hier an den Brustgürtchen und dann geht los zum Croissant holen. Na ja, Croissant hoffentlich. So. Alter. Klick. Ist die Kamera drauf. Zum Warmwerden hier hoch. Fressen. Fressen. Jetzt machen wir hier noch den Dinge zu. Stellen da ein bisschen ein und holen ein Croissant. Viel Spaß. So. 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 Oh, la la. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ahh. Wie geht das hier tatsächlich mal weiter. ne schade da bin ich falsch aber es war schön bis dahin mit euch durch dieses städtchen zu fahren ich habe den abzweig verpasst so läuft das ich hatte vor so ein richtig schönes tibi tobi video kurz zu machen da war dann der akku leer dann wollte ich losfahren aber das falsch das falsch und dies und ist aber so ist das nur guck mal hier abzweig verpasst richtiger abzweig Achtung hier liegt ein Kabel ein bisschen Kabelnetz aber das ist ganz witzig ein bisschen ungepflegt aber geil schaut mal an weiter geht es ein bisschen verfahren aber mit Sprung oder wie lieber nicht aber ok den flinch zu lassen zweite runde vielleicht hole ich ja morgen nochmal kurz und jetzt hier wieder links rum oder gerade bestimmt links rum oder sind wir optimistisch wo geht links hin jetzt sieht man irgendwo eine markierung ne uah der war knapp fuß gesetzt aber hier ist auch gerade wild du meine güte schön aber falsch ein hübscher weg mit fluss zugang aber ich muss auf die andere seite also zweiter mal umdrehen ich dachte es wird ein sehr kurzes gopro video aber wird ein langes gopro video weil ich mich zweimal verfahren habe hier vielleicht fahre ich das irgendwann mal in einem rutsch aber vielleicht auch nicht weil da warten ja leute auf frühstück naja wenigstens weiß man jetzt wie man hier schön ans wasser kommt ach je ach je so hält der Argonett 33% hatte ich drauf ach und äh die Kamera ist mir ja weg weggekommen den Piombino Karre aufgebrochen mit meiner 8er gopro meine ersatzakkus und so jetzt hat der boris mir dankeschön hier diese geschichte gegeben ist aber auch schwierig zu fahren jetzt können wir hier noch Manuels üben das ist immer für die gombo blöd wenn ihr dann macht so mehr Sinn oder probieren wir es mal ganze Brücke einmal so funktioniert ha 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 ja also dann gehe ich jetzt mal schön die Croissants holen und äh würde sagen so sieht das aus wenn ich Brot hole ich brauche länger weil ich mich zweimal verfahren ha 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 aber da oben ist es schon guck ich mal ob ich hier ha 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 verschnaufen ja schöner Tag ist trotzdem hehehe also ja fahr ich jetzt gerade ran hin fahr ich jetzt gerade ran hin kannst du auch mal tschüss weil Kameras müssen draußen bleiben so schön gewartet ein bisschen Akku ist sogar noch drauf um jetzt hier fein zu radeln schnell Kaffee konsumiert ab auf Rad gestiegen hier noch ein bisschen den Rucksack zu machen damit ganze Gebimsel nicht vor der Kamera hängt und dann nochmal nochmal einen hochziehen aaaaaaah boah net gut net gut net gut schon gemerkt direkt zu weit nach rechts aber egal hier schön gerade muss man loslegen ja da sind wir doch aber äh äh ich dachte der Kaffee zündet und jetzt bin ich hier im Manual dort vielleicht vielleicht hier für die Jungs zum Schaffen nochmal für die nochmal ein vor Manual tadaaa Okoda tjuu arrivederati so hier guckt mal hübsch 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 und jetzt pedaliere ich einfach kurz das Ding noch hoch und sag mal noch tschüss hier in die Kamera tschüssi aah lecker lecker ich freue mich aufs Croissant macht das gut tjuu uah 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 jetzt schön leise sein keinem verraten ich fahr nochmal die stadtrunde jetzt weiß ich noch wo es lang geht weil die einfach so geil ist ich stecke extra hier den stöpsel weg nehme ich noch auf eine runde stadttour mit ist halt leider geil die ecke geile brücke um die ecke und ist das backhäuschen kommen wir jetzt vorbei so jetzt wissen wir ja was wir falsch gemacht haben die schönen umsetzer seht ihr gar nicht mann oh mann oh mann da gebe ich mir extra mühe trinkt aber gar nicht den hier habe ich gemerkt ja genau den lässt man nämlich aus so alter müsste man vorher wenn ich den noch zweimal fahre ein bisschen was präparieren muss man nicht abziehen das ist nicht so einfach ganz ohne geht es nicht hier kann man hoch und runter auch hier müssen wir noch ein bisschen was tunen aber alles in allem geile nummer so schau dir schon wieder hier in den himmel in der karteneinstellung kamereinstellung auf jeden fall danke fürs mitfahren schlechte manuals zweimal verfahren dafür ein bonus track tschüss 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 tschüss